Willkommen auf Anora! Öffentliche mir das Gesamtzeiten, selbst kommunizieren. Achso, ich bin Nata, ich weiß nicht, den Vornamen natürlich. Dorian. Dorian. Ja, was ist dein Thema, was möchtest du gerne besitzen? Also, ich würde gerne die Kontrolle aus dem Thema Kälzeltreinschicht. Und ob das ein Problem ist oder ob das ein Problem ist, was nur von der rechten Seite aufgemacht wird. Oder ob es wirklich ein Problem ist und man auch dafür kämpfen sollte, dass gewisse Dinge noch besagt werden dürfen. Das ist ein Netze, wo es ja manchmal angekommen wird. Ja, sehr schön. Sehr schön. Fällt dir dazu was ein? Ja, schon. Vielleicht als Einführung, ich weiß nicht, hast du schon eine Meinung zum Thema? Also, ich sage auch eben nicht. Ah, okay, alles klar. Ich tue mir da ganz schwer, weil ich würde mich selber so ein bisschen Mitte-Links-Spektrum einhaben. Aber vielleicht zu meinem Hintergrund, ich bin selber Journalist. Ah, okay. Und deswegen bin ich immer ganz gern auch neutral. Und ich würde mich als grundsätzlich sehr toleranten Menschen einhaben. Aber gleichzeitig als ein Mensch, der jede Meinung und jede Art zu leben versucht, wer zu schätzen. Ja. Das heißt, wenn jemand ziemlich rechts ist, dann würde ich sein Rechtsteil sogar verteidigen. Einfach nur, um zu verteidigen, dass dieser Mensch zu leben darf, wie er leben möchte. Oder sie. Wenn jemand zum Beispiel mit der Meinung ist, gendert, sollte man gar nicht machen, dann finde ich, sollte man diese Meinung trotzdem Raum geben. Und dann darf das sagen. Auch wenn ich nicht diese Meinung teile. Ja. Genau. Also was ich zum Beispiel schon kritisch sehe, wo ich denke, ich schon eine Meinung habe, was ich kritisch sehe, ist, dass in der letzten Zeit vielleicht immer wieder gehört ist, verschiedene Universitäten, gewisse Redner, was natürlich ein bisschen Spektrum verlauben, weil die gewisse Ansichten haben. Was vielleicht gar nicht mit dem Vortrag denn die da halten. Ja. Ja. Nach dem ersten Eindruck wird vom Montag ähnlicher Meinung sein, aber es stimmt Dinge, die ... Ja. Du kannst ja meine Meinung heraus. Sowieso. Und halt auch einige Punkte. Also generelle Tendenz, um da mal zu starten, würde ich hier glaube ich zuschieben. Also ich bin auch generell sehr, ich meine, das hier ist eine Plattform für öffentliche Diskussion, und es geht darum, Meinungen öffentlich zu erwägen und der Gedanke dahinter ist, dass sich eben Meinungen weiterentwickeln können, dadurch, dass man sich mit anderen Meinungen auseinandersetzt. Ja. Das heißt, natürlich bin ich grundsätzlich der Idee gegenüber so sympathisch eingestellt, erstmal Meinungen zuzulassen und dann den Diskurs zu fördern und zu hoffen, dass der Diskurs das Ganze in einem zuträgt. Ja. Das ist ja die Hoffnung und auch meine Überzeugung, dass das möglich ist. Ich glaube, am Anfang hattest du ja die Frage darauf gehofft, so ob Cancel Culture wirklich ein Problem ist oder von ... ... das rechte Lager aufgeblattet wurde oder so. Ja. Ich glaube, das ist ... Das ist auch ein Thema, wo ich mir manchmal nicht ganz sicher bin. Also ich glaube, auf jeden Fall muss man zwei grundsätzlich wichtige Entscheidungen, würde ich sagen. Und zwar, ich sag mal, die ... ... ja, das ist sozial-tunabig in öffentlichen Netzwerken, die aber im Großen und Ganzen sich ... ... nicht über die normale Nutzung des Netzwerks ... Die haben auch im Alltag eigentlich gar keine Ahnung. Genau. Also so massenhaft wie Beleidigungen oder sonst was. Das ist ja auch häufig etwas, was als Cancel Culture wahrgenommen wird oder als Ausdruck davon. Ich denke, das ist aber etwas ganz grundsätzlich anderes als halt wirklich ... ... Leute werden ausgezogen, von Universitäten ausgeladen, Leute werden vielleicht auf Social Media blockiert ... ... oder sozusagen da ausgebrochen oder so. Also ich glaube, das sind zwei grundsätzliche Unterschiede. Ich glaube, häufig, was ich zumindest miterlebt habe ... ... ich schätze mal, hauptsächlich aus dem rechten Lager ... ... war, ich sag mal, stark negatives Feedback ... ... zur Meinungsäußerung als Cancel Culture zu bezeichnen. Was gibt es denn? Ja, und ich sehe ... Also ich sehe die Analogie, ich sehe vielleicht die emotionale Reaktion dahinter ... ... aber ich glaube, das ist einfach eine Fehleinschätzung. Also stark negative Reaktionen auf eine öffentliche Meinungsäußerung ... ... sind noch nicht Cancel Culture. Nee, da muss man auch leben können. So, genau, also nichtsdestotrotz finde ich massenhaft negative Reaktionen ... ... auch meines Äußerung kein wünschwertes soziales Phänomen. Also ich stehe mir kritisch gegenüber, aber ich würde das halt nicht als Cancel Culture einstufen ... ... und sagen, hier wird jemand aktiv daran gehindert, seine Meinungsäußerung. Nee, genau. Das findet einfach nicht statt. Da muss man eher über Polarisierung generell im Internet reden und so weiter. Das ist ein anderes Problem für mich. Genau, in Bezug auf die sozusagen ... ... das, was ich auch als Cancel Culture bezeichnen würde ... ... ausladen von Universitäten und so weiter. Das sehe ich definitiv kritisch, wenn es passiert. Also ich bin da auch ... ... ich glaube, ich habe da eine sehr ... ... liberale, sehr tolerante Einstellung. Ich würde sagen, wir brauchen ein breites Spektrum an Meinungen. Alle Meinungen, die vom Öffentlichen Diskurs ausgeschlossen werden ... ... finden trotzdem auch statt, aber halt außerhalb des Öffentlichen Diskurs ... ... und können deswegen nicht mehr konstruktiv von anderen Leuten diskutiert werden. ... und deswegen ... ... betonen sie es dann in der Stadt von Nordrhein-Westfalen. Ähm ... ... ich bin mir nicht sicher, wie schlimm der Stand in Deutschland ... ... in diesem bezüglichen Moment ist. Ja, in Amerika wäre es schlimm. Also da kommen diese Nachrichten über die Bundesämmer als Systeme. Ja, genau. Und man sagt ja auch oft, dass ... ... was mit der Ecke jetzt passiert ist. Das kommt zu uns in zehn Jahren. Ja, ich meine, ich meine ... ... ich habe an Universitäten schon was mitgekommen, wo Leute dann ... Ich sage nur ein Beispiel. Ja, ja, ne, genau. Aber das wäre halt ... ... ich glaube, es ist wichtig halt eine Einschätzung davon zu haben, ... wie groß das Problem ist, bevor ... ... so sozusagen ... ... Stärke der Reaktion einschätzen zu können. Ähm ... Also mein Eindruck ist, dass es gelegentlich vorkommt. Meistens auf Druck ... ... der Schlendenschaft ... ... also meistens dann entsprechend schon bei Rechnungssprecher-spezifischen ... ... einfach mit der Studentenschaft im Schnittenpunkt nicht sicher ist. Ähm ... So, ich habe das glaube ich ... ... in meinem Studium ... ... auf zumindest einen Fall, den wir an die Rechnung gekommen haben, ... im Sprech eingeladen war. Ich glaube ... ... also auf jeden Fall ... ... irgendwie rechts ... ... in irgendeiner Form. Ich weiß nicht mehr, ob es ... ... mit einem Verbündeten mit der AfD schon war oder irgendwas anderes. Äh ... Wie dem auch sei. Jedenfalls gab es ... ... extrem widerschlossige Frage. Lass mit AfD ... ... Menschen irgendwie öffentlich sprechen lassen. So, ja genau. Meine generelle Position wäre halt ... ... lass öffentlich sprechen, solange es nicht im rechtlichen Rahmen geht. ... ne ... ... Volksverletzungsverletzungsverletzungs ... ... ist nie ausgeklammert. Also das ist halt inakzeptabel. So weit weit gegen das Gesetz verstößt. Es ist vorbei. Ähm ... ... ich würde fast sagen, alles andere ... ... würde ich erstmal zuglassen im öffentlichen Diskurs. Nennst du das für zu extremen? Siehst du da ... ... würde jeder andere länger bei der AfD bleiben? Finde ich das ... ... das Problem ist halt schnell, dass die ... ... sich nicht mit dir aus ... ... dass viele AfD-Politiker zum Beispiel ... ... hier auf der Diskursgebinde ... ... begeben, auf dem ... ... gewissen Spielregeln spielt. Ja. Sondern die nutzen diese Plattform dann ... ... um ihre eigene Agenda durchzubringen. Ähm ... ... die antidemokratisch ist zum Beispiel. Und ... ... heben diese Spielregeln aus. Und ähm ... ... das ist glaube ich ... ... das kann halt irgendeine Gefahr nachdenken. Ja. Ja. Persönlich. Ich persönlich, wenn ich jetzt ... ... ne Talkshow hätte ... ... ich würde AfD Leute einbaden ... ... ähm ... ... und ich würde ja auch nicht versuchen ... ... die in ... ... das rechte Spektrum ... ... also ... ... in ihrer Nazi-Haftigkeit zu erfüllen, ... wie so oft gemacht wird. Weil dann ... ... äh ... ... kiesst man da nur Öl ins Feuer. Und ... ... äh ... ... äh ... ... ich sage ja ... ... ich sage ja ... ... wir wollen uns immer nur zu Opfern. Wir wollen uns immer nur ... ... diese rechte Spektrums stellen. ... wir haben alle gegen ... ... dieser Spur. Aber das ist ja genau der ... ... der Montag. Ja. Das will ich eigentlich nicht. Ähm ... Ja, weil ich würde einfach ... ... in dem Fall würde ich auch sagen ... ... ok, was ... ... wofür seid ihr denn? Was wollt ihr denn ... ... ähm ... ... ähm ... ... ja, was wollt ihr denn für Änder? Wogegen seid ihr ... ... aber das ist jetzt nochmal ein Thema für sich. Ja, ja, genau so. Hat er auch ... ... auf den ... Wie geht man ... ... wie geht man mit ... ... zum Beispiel ... ... der ... ... der ... ... eigentlich ... ... ... Cancel Culture ... ... ähm ... ... ja gut, aber es wäre ja auch ... ... Cancel Culture, wenn wir uns sagen ... ... wir laden keine AfD. Ja. Ja, oder ... ... oder ... ... wenn zwei weiße Männer ... ... wie ... ... wie ... ... wir zwei ... ... am Ende noch zwei heterosexuelle Männer ... ... die dürfen gar nicht über dieses Thema reden. Ja. Das ist das vielleicht ein Problem. Ja. Weil wir sind ja nicht betroffen. So. Genau. Das heißt, das wäre das nächste ... ... oder die interessante Verbindung ... ... auf die ... ... ich finde da ein Punkt ... ... absolut verliebt, dass man sagt ... ... naja, wir müssen mit den Leuten reden ... ... so ... ... aber wenn jemand halt ... ... wenn das eine Diskussionsveranstaltung ist ... ... und jemand hat bewiesen ... ... dass er oder sie nicht in der Lage ist ... ... zu diskutieren ... ... oder nicht willens ist ... ... zu diskutieren ... ... sondern eben ... ... davon nur zu nutzen ... ... um die eigene Stattung zu verbreiten ... ... und sich ... ... auseinanderzusetzen ... ... oder so ... ... dann finde ich das negativen Grund ... ... die Person auszuschließen ... ... aber der Grund ist dann eben ... ... nicht die politische Überzeugung ... ... sondern ... ... aber da würde diese ... ... ausgeschlossene Menschstum sagen ... ... aha ... ... ihr macht die Regeln ... ... ihr habt die Macht ... ... und ihr schließt mich auszuführen ... ... ja ... Wie geht man mit so einer Aussage um? Ähm ... ... idealerweise hat man eine gute ... ... Rechtfertigung für das ... ... was wir tun ... ... und eine ehrliche Rechtfertigung ... ... ähm ... ... und ich glaube mehr kann man nicht tun ... ... also wenn jemand ausgeschlossen wird ... ... aufgrund einer ... ... sagen wir die Person hat schon ... ... mehrfach ... ... war schon mehrfach ... ... auf irgendeine Diskussionsveranstaltung ... ... und hat ... ... sich wirklich ... ... sehr 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 schlecht verhalten ... ... also offensichtlich nicht gemäß ... ... den Normen einer Diskussion ... ... ähm ... ... wenn dann eine weitere Plattform sagt ... ... naja ... ... dich laden wir nicht ein ... ... oder dich laden wir aus ... ... weil du dich schlecht verhalten hast ... ... dann muss man einfach ... ... also ich glaube die beste Reaktion ... ... die man haben kann ... ... ist ... ... man kommuniziert das klar ... ... belegt das Ganze mit Beispielen ... ... oder sonst was ... ... und wenn dann die Reaktion kommt ... ... dass es noch cancel kann ... ... kann man glaube ich ... ... nicht so gut tun ... ... ich glaube das einzige was man tun kann ... ... ist langfristig ... ... dem treu bleiben ... ... oder dann konsistent argumentieren ... ... und langfristig ... ... dem sozusagen ... ... durch den ... ... diesen Anschein ... ... zu widerwirken ... ... indem man einfach ... ... irgendwann aufzeigen kann ... ... okay wir haben aber auch ... ... die Person eingeladen ... ... das sind auch Leute ... ... aus deinem politischen Lager ... ... aber die haben nicht so gut ... ... und deswegen sind sie da ... ... so ... ... äh ... ... und ... ... was hast du zu sagen ... ... ich möchte nicht ... ... ne ne ... ... ich denke ... ... okay ... ... und der zweite Punkt ... ... was ich hinaus wollte ... ... das ist eben kein Ausschluss ... ... auf Grundlage ... ... und andersrum würde ich sagen ... ... so ein Ausschlusskriterium ... ... sehe ich nicht nur ... ... im rechten Lager ... ... also es gibt glaube ich auch ... ... also jeder mit sehr extrem ... ... oder sehr gefestigten ... ... oder emotional basierenden ... ... politischen Überzeugungen ... ... ich sehe häufig Leute mit der Tendenz ... ... nicht in der Lage ... ... oder Willensin ... ... sich argumentativ ... ... mit einer anderen Position ... ... auseinanderzusetzen ... ... das heißt ... ... das wäre für mich ... ... inneres Kriterium ... ... das wäre ... ... das ist sozusagen für mich ... ... was ... ... wenn es Cancel Culture ist ... ... dann ist das für mich ... ... ein unproblematischer ... ... oder vielleicht sogar ... ... ähm ... ... erstrebenswerter Aspekt ... ... von Cancel Culture ... ... ich glaube ich würde ... ... nicht Cancel Culture ... ... ähm ... ... und ich würde das halt abgänzen ... ... ich würde sagen ... ... Leute die nicht ... ... diskutieren wollen ... ... oder können ... ... haben eine Diskussionsveranstaltung ... ... und nichts zu tun ... ... aber das ist eben ... ... unabhängig von ... ... dem Inhalt ... ... ja ... ... ja ... ... ich stehe ... ... ich stehe ... ... ich hab mal ... ... es gibt manchmal Leute die halt ... ... Mittaggruppe da arbeiten ... ... ah ja ... ... ja ... ... genau ... ... also ich hab gerade ... ... noch versucht ... ... äh ... ... wie ich gerade gedacht habe ... Ich habe versucht, mich mal rein zu versetzen zu den Menschen, der irgendwo ausgeladen wird, weil dann angeblich die Diskussion so reagiert wird. Also ich habe mir jetzt nur vorgestellt, es gab jetzt zum Beispiel dieses Interview mit Höcke, glaube ich, im ZDF, wo er dann gesagt hat, er bringt es nach und er kommt auch nie wieder in den ZDF, weil er fühlt sich da ungerecht behandelt, weil er ständig nur versucht hat, nachzuweisen, dass er ein Nazi wäre, weil jetzt seine Argumente nicht gehört werden. Er hat sich dann zu der Opferrunde gegeben. Das passiert ja ganz wohl vor mir. Und ich weiß es ganz wohl, oder? Aber auf jeden Fall, da frage ich mich dann so ein bisschen, er ist ja nicht dumm, und deswegen gehe ich davon aus, dass es bei ihm ein Kalkül ist, eine Strategie ist und er eigentlich schon weiß, was er gegen gewisse Diskussionsregeln vorstellt hat. Aber bei vielen anderen Leuten könnte ich mir vorstellen, die Filme sind einfach dann wirklich ausgeschlossen. Die fühlen sich wirklich als Opfer. Ja. Die sehen, sehen, wo Talkshow-Hosts, Politik, die Polizei, keine Ahnung, alle die irgendwie wach drohen, in diesem Land oder in der Gesellschaft, sie denken, die stecken alle unter der Decke und schließen uns aus. Ja. Und da frage ich mich, ist es nicht gefährlich, etwas rauszuschließen? Oder sollte man diese Gefühle ernst nehmen von diesen Menschen? Ja. Also, ich würde sagen, man sollte die Gefühle ernst nehmen, aber das ist ja erstmal keine sehr gehaltsvolle Aussage, weil ich weiß, was das heißt. Also, ich würde sagen, man sollte die Gefühle ernst nehmen, aber es ist eben, ich glaube, der öffentliche Diskurs findet in verschiedenen Ebenen statt und in verschiedenen Rahmen. Und ich glaube, Diskussionsveranstaltungen beispielsweise im Rundfunk oder sonst was, können einfach einen gewissen Standard oder ihre Gäste angehen. Ja. Und das sollten sie meiner Meinung nach nicht lassen aus dieser Angst heraus. So, wenn ihm einfach wirklich nicht, meinetwegen nicht qualifiziert ist, über das Thema zu reden, nicht als Experte für das Thema gelten kann, oder aus irgendeinem anderen Grund sich zu laden, einfach die Grundbedingungen für einen Gast in dieser Talkshow, die von der politischen Position unabhängig sind, zu entgegen, der Qualität der Redebeiträge und was auch immer abziehen, wer die nicht erfüllt, der muss auch nicht eingeladen werden. Ich finde nicht, dass Talkshows oder Diskursionsveranstaltungen eine generelle Pflicht haben, Leute einzuladen, die nicht diskutieren wollen oder können. Ich finde, dieser Anspruch ist einfach ungerechtfertigt. Und insofern würde ich auch einen solchen abnehmen. Wenn Leute zu dieser Angst äußern und das als Konsequenz verlangen, dass sie trotzdem eingeladen werden, dem würde ich nicht stattgeben, weil das einfach dazu führt, dass wir keine Diskussionsveranstaltungen am Ende haben. Genau. Wir haben keine Möglichkeit. Genau. Wichtig ist, glaube ich, es gibt ja nicht nur Diskussionsveranstaltungen. Nein. Und der Öffnungs-Diskurs auch woanders. Und da muss man eben dann, finde ich, mehr der Wertung finden. Wenn jemand nicht diskutieren kann oder möchte, darf die Person ja trotzdem noch ihre Meinung in einem jenseits einer expliziten Diskussionsplattform äußern. Wenn es trotzdem einfach nur Interviews gibt, wo es um die Erhebung oder das herausfinden, die Ermittlung der Meinung geht, das Interview, dann gibt es keinen Grund, die Person da nicht zu interviewen. Bloß weil sie nicht diskutieren können. Es geht ja nicht in der Diskussion. Es geht ja auch aus ihrer Meinung. So der öffentlicher Raum ist mittlerweile der größte Teil der Internet-Netzwerke und sonst was, könnte die Person ja weiterhin ihre Meinung und Kontrolle. Es ist ja nur... Aber dann ziehen sie sich ja zurück in diesen alternativen öffentlichen Raum. Wenn sie ausgeladen werden aus der Talkshow, dann ziehen sie sich alle zurück in ihre Bubbles, wo sie nicht mehr kontrollierbar sind. Ich weiß nicht, ob ich die dann auch nicht in den Raum habe. Ich glaube ja, aber ich glaube, meine Hoffnung wäre, dass wir in jedem politischen Raum irgendwelche Leute finden, die die Wahlabforderungen erfüllen, um in Talkshows eingeladen zu werden. Es geht ja nicht darum, also wenn wir davon ausgehen, es gibt da so eine Bubble, die hat eine bestimmte Meinung, einer von denen kann die Mindestanforderungen für Diskussionen erfüllen. Dann haben wir das Problem. Aber ich wäre da, glaube ich, optimistischer. Ich glaube, es gibt Leute, die zumindest in einem Debatt hier taktische Argumente vorbringen und andere ignorieren im Modus an Diskussionen teilnehmen können. In einem Maße, was angemessen ist für Talkshows in die Richtung. Und mir ging es eben darum, solchen Leuten einzeln an und dadurch sozusagen dieser Gruppe von Nordensprache zuzugestehen, und zwar eine Sprache, was eben im Rahmen einer Diskussion angemessen ist. Vielleicht entspricht das dann nicht den einzelnen Meinungen jeder Person in der Bubble, in irgendeiner Weise. Aber das ist halt das, ich glaube, das ist das Einzige, was wir tun können. Das ist das, glaube ich, was wir tun können. Dann soll man eben konsequent darauf achten, dass Diskussionsveranstaltungen in einem breiten Spektrum von repräsentierten Meinungen stattfinden können. Also, das ist sozusagen der Weg, wie man, ja, möglichst öffnen und wirklich zu viele Meinungen stattfinden kann. Ohne, das Ziel ist ja eigentlich, dass ich wirklich wenige Leute aus mich messen kann. Ja. Ja, das eine Ziel. Das andere Ziel ist eben immer noch, einen konstruktiven gesellschaftlichen Diskurs hinzu. Ich glaube, das sind die zwei manchmal widerstreitenden Motive, die wir haben als Gesellschaft. Wir wollen möglichst viele Meinungen zulassen, aber wir wollen halt auch Rahmen haben, in denen diese Meinungen nicht einfach nur beschrieben werden, sondern eben miteinander diskutiert werden und einen Austausch dafür. Und ich glaube, wir müssen beides hinbekommen als Gesellschaft. Natürlich ist das schwer. Und ich glaube, man befindet sich als Gesellschaft konstant in so einem Optimierungsprozess. Es ändert sich ständig wieder was. Aber ich glaube, das ist so. Ich werde uns ganz besonders gespannt. Es ist ja schon mal gut, dass du irgendwie eingeklemmst. Ich glaube, ja, ich glaube, das ist gar nicht so ganz klar. Ja, eben. Genau. Es ist voll auf alter Seite. Ja, vielen Dank. Ja, ebenso, ebenso. Ja, vielen Dank. Cool. Ja, vielen Dank. 良Us consachet. ρη